Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Fair Eddy erhöht den Druck mit Warnstreiks in norddeutschen Häfen. Die Artikel verursachen erhebliche Verzögerungen. Die norddeutschen Häfen sind durch erneute Warnstreiks ins Chaos gestürzt worden. Am Montag legten Hafenarbeiter in Hamburg, Bremerhaven und anderen wichtigen Umschlagplätzen der Region ihre Arbeit nieder. Die Auswirkungen der Protestaktionen sind weitreichend und betreffen nicht nur die Wirtschaft der Region, sondern auch die globalen Lieferketten. In den vergangenen Monaten gab es mehrere Verhandlungsrunden, aber bisher konnte keine Einigung erzielt werden. Die Hafenbetriebe haben ein Angebot vorgelegt, das jedoch weit unter den Forderungen der Arbeitnehmer liegt. Angesichts dieser festgefahrenen Situation sah sich die Gewerkschaft gezwungen, die Verhandlungen durch Warnstreiks zu unterstützen. Die Streiks betreffen mehrere große Häfen. Im Hamburger Hafen, einem der größten Umschlagplätze Europas, ist die Abfertigung nahezu zum Erliegen gekommen. Auch Bremerhaven, Wilhelmshaven und Rostock erleben ähnliche Szenarien. Besonders betroffen sind Container-Terminals und Logistikbereiche. Die Hafenarbeiter wollen mit ihren Aktionen den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen, um ihre Forderungen durchzusetzen. Bereits in den frühen Morgenstunden versammelten sich mehrere tausend Mitarbeiter vor den Toren der Häfen und legten ihre Arbeit nieder. Der Verkehr zu den Terminals wurde blockiert und die Abfertigung von Schiffen verzögert sich erheblich. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Warnstreiks sind weitreichend. Die norddeutschen Häfen sind ein Dreh- und Angelpunkt für den internationalen Handel. Durch die Verzögerungen bei der Abfertigung von Containerschiffen gibt es erhebliche Störungen bei der Güterlieferung. Unternehmen, die auf eine effiziente und rechtzeitige Lieferung angewiesen sind, sind besonders betroffen. Die Industrie- und Handelskammern der Region haben bereits Alarm geschlagen und warnen vor drohendem wirtschaftlichem Schaden. Jeder Tag, an dem die Häfen nicht reibungslos funktionieren, kostet die Wirtschaft Millionen von Euro. Besonders betroffen sind mittelständische Unternehmen, die keine großen Lagerbestände haben und dadurch anfälliger für Lieferverzögerungen sind. Nicht nur die regionale Wirtschaft spürt die Auswirkungen der Warnstreiks. Auch die globalen Lieferketten werden in Mitleidenschaft gezogen. Viele Warenströme, die über die norddeutschen Häfen laufen, sind unterbrochen. Sowohl Import als auch Export von Gütern sind betroffen. Branchen wie Automobilindustrie, Maschinenbau und Chemieindustrie könnten erhebliche Lieferengpässe erleben. Darüber hinaus kommt es zu einer Stauung von Schiffen vor den Häfen, was zu weiteren Verzögerungen und höheren Kosten führt. Aufgrund der Situation in Norddeutschland sehen sich einige Reedereien gezwungen, alternative Routen zu wählen, was zu längeren Transportwegen und höheren Frachtkosten führt. Die Reaktionen auf die Warnstreiks seitens Politik und Wirtschaft sind gemischt. Verdi spricht von einer notwendigen Maßnahme zur Durchsetzung der Arbeitnehmerinteressen, während sich die Hafenbetreiber und die Industrie enttäuscht und besorgt zeigen. Es wird befürchtet, dass langfristig negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland entstehen könnten. Auch die Politik ist alarmiert. Der Wirtschaftsminister der Hansestadt Hamburg rief beide Seiten zu einer schnellen Einigung auf und wies auf die Gefahren für die Wirtschaft hin. Bundesweit wird die Situation genau beobachtet, denn die Bedeutung der norddeutschen Häfen für den internationalen Handel kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ausblick und mögliche Lösungsansätze. Wie es weitergeht, ist derzeit noch unklar. Beide Seiten haben bislang noch keinen neuen Verhandlungstermin vereinbaren können. Die Hafenarbeiter sind bereit, ihre Streiks auszuweiten, falls keine Einigung in Aussicht ist. Die Arbeitgeber hingegen suchen nach Möglichkeiten, um ihre Position zu festigen und die Auswirkungen der Streiks zu minimieren. Es muss ein Kompromiss gefunden werden, um die wirtschaftlichen Schäden zu begrenzen und die Arbeitsbedingungen der Hafenarbeiter zu verbessern. Eine mögliche Lösung wäre ein vermittelndes Eingreifen von Seiten der Politik oder unabhängiger Schlichter. Autor Anita Farke, Datum Montag, 17. Juni 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.